Mentales Logbuch Sternenzeit 20.180.428 Neues vom Raumschiff Mental auf seiner Reise durch Zeit und Raum. Offensichtlich sind wir in eine kosmische Anomalie geraten und haben die normale, vierdimensionale Raumzeit verlassen. Und offensichtlich hat uns diese Anomalie nach einem Monat der Irrfahrt wieder ausgespiehen und wir müssen nun erstaunt feststellen, es sind in dieser kurzen Zeit fünf Jahre im normalen Universum vergangen. Wie ich darauf komme? Nun, mit Erstaunen habe ich festgestellt, dass der letzte sinnvolle Beitrag im Hive-Blog zum Thema Mental vom 20. Mai 2013 stammt. Wir haben jetzt Mai 2018. Und ich schwöre, ich habe den letzten Blog-Eintrag gerade erst vor wenigen Monaten in meiner relativen Zeit geschrieben. Und ehrlich, ich habe in diesem Monat ohne Unterbrechung im Maschinenraum des Sternenschiffs Mental geschraubt und Gizmos ausgetauscht. Aber der Reihe nach. Die Idee, mental mit einem direkten Blockinterface für den Massenspeicherzugriff auszustatten, hatte am Anfang der Reise einige Vorteile und auch einen gewaltigen Charme. Die Routinen für den Massenspeicherzugriff waren verdammt klein und schnell, was dem forstigen Lebensstil der Einfachheit sehr entgegenkommt. Sie standen quasi unter der Überschrift, Zen und die Kunst auf einen Massenspeicher zuzugreifen. Aber leider hat jede Münze zwei Seiten, wenn man mal von der legendären Möbius-Münze absieht, denn es zeigten sich relativ schnell auch zwei Nachteile. Auf der einen Seite war die Installation umständlich, denn die Tape-Dateien immer unfragmentiert auf der Karte gespeichert sein mussten. Wollte man neben dem Mental auf der Karte auch noch Trios beheimaten, waren umfangreiche Kopieaktionen nötig. Wollte man später noch weitere Tapes zum Mental hinzufügen, musste die Karte quasi komplett neu bespielt werden. Aber das war noch zu akzeptieren, da es nur ein einmaliger bzw. recht seltener Aufwand war. Das nächste Problem zeigte sich bei der praktischen Anwendung. Auf dem Hive habe ich entgegen meiner alten Gewohnheiten angefangen, als erstes immer irgendwelche Soundsachen als Demo zu programmieren. Früher war das immer ein zellulares System wie das Conway-Spiel. Nun, wahrscheinlich liegt das an den guten Sound-Bibliotheken für den Hive. Es ist doch nichts befriedigender, als bei einem frisch programmierten OES erst mal einen DMP-Player einzubauen und in dem Meer an Retro-Musik zu baden. Da ist ein Conway-Game ähnlich unspektakulär wie ein Apfelmännchen. Leider stellte sich das als nicht so einfach heraus, da ich dafür alle DMPs in das spezielle Containerform der TAPS umwandeln musste. Unpraktisch und umständlich liegen die DMP-Dateien ja schon vom Trios her im FAT 16 oder 32 Format auf der Karte. Das näherte meine Zweifel an der Einfachheit der bestehenden Lösung. Denn je länger ich darüber nachdachte, umso größer wurde das Problem. Sollte ich alle DMPs in einen Container packen? Dann müsste ich erst mal ein Tool dafür für Trios oder auf dem PC programmieren. Was, wenn ich später noch einen Datensatz hinzufügen wollte und der Container zu klein ist? Alle DMPs als unfragmentierte Dateien speichern? Irgendwie alles unpraktisch. Ich wollte ja später gern noch mehr mit Mental machen, da würden sich wahrscheinlich ständig irgendwelche Daten oder Dateien ändern. Nun müsste ich ja dann alle Dateien in ein solches unfragmentiertes Dateiformat bringen. Und spätere Änderungen wären dann auch nicht mehr wirklich einfach. Für die praktische Anwendung war das unfragmentierte Containerformat also nur scheinbar einfach. Denn es hatte sich die Komplexität nur verschoben. Das System war einfach, aber die Nutzung war letztlich komplexer geworden. Eine schlechte Lösung für meine Anwendungsfälle. Notiz an mich selbst, die Summe der Komplexität ist immer gleich. Also wäre es doch besser, den komplexen Teil einmalig im System zu verbergen, um nachher in der Fülle der Anwendungen von der Einfachheit zu profitieren. Das führte zu einer Radikalkur. Also rein in den Maschinenraum. Und die primitiven Impulstriebwerke gegen neue, chromglänzende Wunderwerke ausgetauscht. FSRW raus. FAT-Engine der neuesten Generationen. V2.0 Special von Quabena rein. Hm. FAT-Engine. Da war doch irgendwas, was ich immer schon mal probieren wollte. Genau. Der Multi-File-Support. Und der Pfad-Parser. Mehrere Dateien über einen Pfeildescriptor parallel öffnen und mit echten Dateipfaden handhaben. Und nicht mit den einfachen Time-Markern wie unter Trios und iOS arbeiten zu müssen. Gesagt, getan. Mental kann nun mit maximal acht Dateien gleichzeitig umgehen. Das ist jetzt so konfiguriert, kann aber auch später vergrößert werden. Aber ich denke acht Dateien sind ein guter Wert. Mit dem Wort Files, also ich meine mit dem Force-Wort Files, dem Kommando, kann man sich die Pfeildescriptoren und damit die aktuell geöffneten Dateien anschauen. Möchte man zum Beispiel beobachten, wie das System mit den Dateien hantiert, kann man mit einem zweiten Wort, dem Wort Watch, die Files ständig überwachen. Dieses Wörtchen Watch führt ein anderes Wort zyklisch aus. Also es ruft dabei ein anderes Wort einmal in einer Sekunde auf und löscht vorher den Screen. Der Wortname muss dabei als String übergeben werden. So kann man mit Files Watch das Wort Files im Sekundentakt aufrufen, um quasi in Echtzeit eine Dateiliste mit entsprechenden Attributen der geöffneten Dateien anzuzeigen. Mit der Taste Escape kann man Watch wieder beenden. Schaut man vorher den DMP-Player, so kann man beobachten, wie die Musikdateien wechseln und welche Titel abgespielt werden, bzw. was sonst noch so dateimäßig im System läuft. Und mit dem DMP-Player sind wir bei einem weiteren Thema. Unter Trios kann nicht mehr auf die SD-Karte zugegriffen werden, wenn ein DMP-Player läuft. Das konnte am Anfang nur der HSS-Player, da er das Sound-Modul komplett in einem Puffernadministrat zwischengespeicherten von dort abspielte. Die DMP-Dateien sind als SIT-Register streamen mit mehreren hundert Kilobyte Größe, aber viel zu groß für eine Zwischenpufferung in einem Propeller-Chip. Und könnten so nur im direkten Dateizugriff abgespielt werden. Der Grund ist, Trios kann momentan nur eine Datei öffnen. Mental kann nun problemlos DMP-Dateien abspielen und gleichzeitig kann weiter auf andere Dateien zugegriffen werden. Das geht, weil halt insgesamt 8 Dateien parallel geöffnet werden können. Versuchen wir es. DMP-Dateien 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 Musik Und hier sehen wir schon die zweite Erweiterung im Einsatz, Dateipfade. In der DMP Bibliothek findet sich auch schon eine Anwendung. Dort sind die Pfade der Ordner mit DMP Dateien auf meiner Karte inklusive dem Kommando play dir in einem Wort kombiniert. Somit entspricht ein solches Wort einer Playliste. Man ruft also SIT1 auf und es werden alle SITs in diesem Verzeichnis abgespielt. Der DMP Player oder besser der DMP Player Wortbaukasten enthält ebenfalls einige neue und ziemlich coole Bausteine, um DMPs abzuspielen. Dort gibt es das Wort Play. Dieses spielt eine einzelne DMP Datei ab, deren Name als String übergeben wird, also gelb markiert vor dem Play steht. Musik 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 Es gibt das Wörtchen Play dir. Dieses wiederum spielt ein gesamtes Verzeichnis ab, also alle darin befindlichen DMP Dateien. Mit dem Wort Play Plus springt das Wörtchen. Und das spazert man zum nächsten Titel. Mit Pause kann man den Player pausieren bzw. beim zweiten Aufruf wieder fortsetzen. Stopp, stoppt den Player. Stereo und Mono schalten den Player im laufenden Betrieb auf Stereo oder Mono Betrieb um. Ziemlich eindrucksvoll. Und das Wörtchen Status zeigt fortlaufend den Status des Players an, also die Register, die Datei Länge, die Sounddatei Länge. Musik Zur einfachen Handhabung sind übrigens in der Autostartdatei sys.m alle wichtigen Bibliotheken als Worte angelegt. Als Beispiel kompiliert das Wort DMP die DMP-Bibliothek, also ohne viel Tippereien-System. Ich habe mir dabei angewöhnt, am Ende einer Bibliothek ein zum Bibliotheksnamen gleichlautendes Wort zu definieren, welches dann die Bibliothek wieder aus dem Wörterbuch entfernt. Das schaut dann so aus. Man gibt einfach DMP ein und schon wird die DMP, die Bibliothek, ans System herankompiliert, also ins Wörterbuch übernommen. Dann kann man mit SIT1 zum Beispiel eine Playlist abspielen. Mit STOP kann man den Player stoppen. Und wenn man nun ein zweites Mal DMP eingibt, wird der Wortbaukasten, welcher zum DMP-Abspielen gebraucht wird, wieder entfernt aus dem Wörterbuch. So kann man sehr schnell arbeiten und experimentieren. Aber man muss Folgendes beachten. Das zweite Wörtchen, DMP, löscht natürlich nicht nur die DMP-Wörter, sondern alle Wörter nach der DMP-Erweiterung, da es das Wort Folgendes verwendet. Was habe ich sonst noch so in dem gefühlten Monat programmiert? Schauen wir mal im Schnelldurchlauf. Da wäre als erstes eine kleine Veränderung im Eingabeparser von Mental. Der Eingabeparser akzeptiert nun den Präfix Prozent, also das Prozentzeichen für Binärzahlen und das Dollarzeichen für Hexadezimale Zahlen. Und weiter. Mit der FAT-Engine gibt es natürlich auch wieder DIR und CD als Wort, also als Kommando. DIR und Change Directory. Schön vorsichtig dabei. Change Directory, also CD, ist natürlich UPN, also umgekehrt polnische Notation. Also der String steht vor dem Kommando, also nicht Change Directory SID irgendwas, sondern SID irgendwas, in gelb geschrieben, da es ein String ist, und danach das CD-Kommando. Einfach mal die Welt auf den Kopf stellen. Geil. Ist wie ein Fahrrad, welches nach links fährt, wenn man nach rechts lenkt. Absolut diebstahlsicher. Und noch eine dritte Sache. In der User-Datei befinden sich bei mir standardmäßig auf Screen 0 die Definitionen der Wörter WLD und WED. Abkürzungen für Workload und Workedit. Die User-Datei ist ja eigentlich die Benutzendatei, mit der ich aktuell immer arbeite, wo ich also neue Bibliotheken entwickle oder ähnliches. Das Wort WLD kompiliert den Inhalt der Datei User M UPSCREEN 1, also nicht UPSCREEN 0, dort stehen ja WLD und WED selbst ins Wörterbuch. Und entfernt vorher einen eventuell schon vorher kompilierten Workabschnitt im Wörterbuch. Ruft man also zweimal hintereinander WLD auf, so befinden sich die Worte UPSCREEN 1 in User dennoch nur einmal im Wörterbuch. Nur halt frisch kompiliert. Ja, das ist der praktische Effekt. WLD kompiliert User M UPSCREEN 1 immer frisch ins System für schnelle Experimente. Das passende Wort WED ruft den Editor auf Screen 1 in User M auf. So kann man sehr schnell arbeiten. Ist der Code fertig, kann man ihn dann in eine eigene Bibliothek übertragen. Der Wechsel zwischen Editieren und Kompilieren findet dabei in wenigen Augenblicken mit diesen kurzen Kommandos statt. Was recht gut von der Hand geht. So, das waren nun die Reste im Schnelldurchgang. Okay, für diese drei Punkte hätte es irgendwie keinen Schnelldurchgang gebraucht. Aber was soll's. Denn damit sind wir wieder in der normalen Raumzeit angekommen und können die Reise fortsetzen. Also dann, lebt lange und in Frieden. Und dann, dann, nachdem wir wieder in die Bäume gefilmt werden. $17.4. Dann, und dann, nachdem wir wieder in den Mund da. Für die Reste und nachdem wir wieder in den Mund aufbauen. So. 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 Untertitelung des ZDF, 2020